Seid gegrüßt meine lieben tapferen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixelfrei. Ja es ist nicht Freitag das stimmt aber es ist ja eine kurze Pause bei Minecraft und da dachte ich mir ich nehme mal wieder ein Pixelfrei auf wurde auch ein paar mal gefordert von euch also gewünscht gefordert sagt man ja nicht gewünscht von euch und da bin ich wieder frisch und munter in der Spätschichtwoche sozusagen also ich ist jetzt halb elf ich muss dann noch einiges machen eigentlich aber ich dachte ich nehme mal Pixelfrei auf. Ja die siebte Staffel Minecraft ist zu Ende gegangen getan und jetzt ist gerade Pause Freitag geht es dann weiter glaube ich hatte ich mir so vorgenommen und erstmal eine Info für alle auf dem Server auf unserer wunderschönen Welt Server ich habe vor dann zum Freitag hin auch die Version auf die 1.10 zu wechseln da habt ihr alle schon drauf gewartet und das werde ich dann wohl machen das heißt wenn dann könnt ihr euch schon mal vorbereiten auf die 1.10 Optifine runterladen und den ähm die voxel map die gibt es nämlich auch und ich habe hier ein Pfeil drauf ich hoffe der war jetzt nicht zu sehen im Video mal gucken ja äh die warte mal ich wollte mal auf meinen Kanal gucken genau so ein paar Kleinigkeiten abarbeiten einfach ist ein sehr sehr ähm Moment äh jetzt seht ihr gerade Google jetzt seht ihr gerade mein Kanal Grande so das müsste ja zu sehen sein ja wir haben 2950 Abonnenten wir gehen also immer noch straff auf die 1000 zu es wird langsam mehr äh Rising World läuft natürlich weiter ganz wie gewohnt und äh ja das wollte ich euch eigentlich nur zeigen und äh Moment das war's schon das war's eigentlich schon mehr wollte ich gar nicht zeigen ja ich habe momentan ziemlich viel zu tun zu Hause äh weil wir noch was umbauen äh es kommt ein Kaminofen bei mir ins Haus rein und eigentlich müsste ich jetzt da unten sein und was machen aber jetzt sitze ich hier und äh nehme Pixel frei auch für euch für mich für uns für uns alle und ja es ist noch ziemlich früh ich trinke noch Kaffee Kaffee wird noch getrunken und ich gucke immer noch böse wenn ich Kaffee trinke da muss ich dran denken die Kamera hängt jetzt etwas höher die Kamera hängt etwas höher deshalb kann es sein dass die ganze Optik hier vom äh Pixel frei jetzt ein bisschen anders ist das geht nicht anders weil ich meine Monitore ein Stück angehoben habe einfach weil das besser war damit ich die Box da drunter kriege und naja ist all so ein Krams ne so Kleinigkeiten die sich verändert haben äh Minecraft 1.10 kommt auf uns zu dann wird es endlich äh möglich sein die Sprotte dieses kleine Schiff äh mit dem man mit dem man durch die Welt bei uns reisen kann ähm da wird es dann möglich sein damit durch die Welt zu gondeln und vor allem dass sie die kopieren kann das ist wichtig dass sie kopieren kann und in alle Städte des drei Elmlands bringen kann ich habe so ein bisschen Clipauge auf der rechten Seite okay naja kann man nichts machen ähm und ja so so ist der Plan jetzt gucke ich mal in die Kamera sonst also ist es auch blöd ich muss so gucken ne besser ja ist egal also Pixel frei achte Folge hey mir wurde mal gesagt wer acht Folgen raus bringen wer weniger als acht Folgen raus bringt der macht es nicht weiter ich weiß nicht wie lange das hier noch weiter geht ich weiß auch nicht wie lange es noch mit Minecraft weiter geht aber momentan starten wir dann am Freitag in die achte Staffel ich freue mich drauf ist einiges geplant und die Staffel steht ja so ein bisschen Lippenglänzen äh die Staffel steht ja so ein bisschen im Fokus der Gemeinschaftlichkeit Gemeinheit Gemeinheits ähm Faktor ist da angesagt das heißt ich möchte mehr mit äh den Leuten auf dem Servar machen mehr Gäste einladen mehr äh äh Togethers machen mhm ich hoffe ich kriege das hin denn es ist Togethers sind immer so eine zeitliche Sache ich wurde jetzt auch neulich wieder angefragt Mensch hast du nicht mehr Bock das und das Projekt äh irgendwie zu machen und ähm ja das ist immer so eine Sache also dadurch dass ich arbeite und natürlich auch hier noch durch das Haus äh noch ziemlich viel zu tun habe ist es immer so dass ähm es sehr schwer für mich ist da nochmal Zeit freizuräumen für so Gemeinschaftsprojekte es ist auch immer ein bisschen Aufwand und eine einfache Aufnahme starten ist immer leichter das kann ich individueller machen äh so direkt irgendwie dann zu sagen ja jetzt treffen wir uns mal und so das ist immer ein bisschen mehr Aufwand das kostet das ist immer ein bisschen mehr Zeitaufwand und ich mache das total gerne jetzt die Aufnahme die 100 äh 1000 399 die Folge mit dem Zordern das hat richtig viel Bock gebracht das war richtig klasse das ging auch ziemlich kurzfristig nun kennt Zordern und äh wir beide kennen uns persönlich da können wir das noch ganz anders absprechen äh ihr wisst ja auch dass wir DSA zusammenspielen also das schwarze Auge momentan machen wir da so ein Zombie Rollenspiel ähm das ist auch total genial das macht richtig viel Spaß das ist richtig frischer Wind reingekommen in unsere Rollenspielgruppe ähm und Rollenspiel gibt es auch noch ganz andere Sachen zu berichten ähm ähm am nächsten langen Wochenende werde ich nämlich nicht da sein da fahre ich mit dem Zordern auf die namenlosen Tage das ist eine ähm ja ein Rollenspiel Treff irgendwo da oben im Norden ich hab den Ort hab ich schon wieder vergessen das ist so ein kleines Caf und da mieten die irgendwie einen Kindergarten an und äh wir treffen und da treffen sich dann Rollenspieler ähm und spielen DSA oder halt andere Systeme namenlosen Tage ähm ähm ist natürlich hört sich dann schon sehr DSA lastig an also ähm zumindest der Name weil die namenlosen Tage sind eine Zeitspanne in der Welt von das schwarze Auge und äh deshalb war das Ganze glaube ich auch mal als äh das schwarze Auge Rollenspiel Treff gedacht oder so könnte ich mir vorstellen ich hoffe die Kamera nimmt auf sie sagt ja Kamera sagt ja ähm ähm und da wollen wir auf jeden Fall das erste Mal hin wir hatten das auf Orkenspalter gesehen äh es scheint eine ganz lustige Veranstaltung zu sein klein ein kleiner Rahmen und so und da treffen sich halt Leute und spielen DSA äh das heißt natürlich grundsätzlich äh wenn ihr auch Rollenspieler seid und Bock habt äh auf mal Zordern und mich irgendwo anzutreffen äh guckt einfach mal äh googelt mal die namenlosen Tage im Internet und dann werdet ihr da dort sehen dass äh äh ja äh äh wann die stattfinden wo die stattfinden und da werden wir da sein das geht glaube ich Freitag los und ähm endet dann am Sonntag ob wir die ganze Zeit da bleiben wissen wir noch nicht genau aber wir haben es zumindest mal geplant also wenn wir da eine einigermaßen nette Unterbringung irgendwo finden zu Not zelten wir auch äh es wurde auch geschrieben dass man da irgendwie zelten kann mhm aber wie das genau abläuft wissen wir nicht wie schon gesagt wir waren noch nie da das Teil läuft irgendwie zweimal im Jahr gibt es die und das ist jetzt die September Version und wir werden da sein Ende September muss das sein letzte September Wochenende oder irgendwie so da in dem Dreh äh äh ich schreib das auch mal in die Videobeschreibung zu diesem Vlog ist ja ein Vlog ne ähm vielleicht trifft ja einer von den namenlosen Tagen da drauf und kann nochmal schreiben denn wir haben irgendwie überhaupt keine Angaben so richtig Zordern ist da auch im Forum ähm ähm verlinkt irgendwie bei den namenlosen Tagen und hat da aber noch keine richtigen Informationen was die Unterbringung angebt in dem Video wurde kurz gesagt man kann da auch irgendwie in diesem äh Gebäude irgendwie übernachten also wie schon gesagt zur Not pennen wir im Zelt aber Ende September im Zelt pennen kann auch schon mal kalt werden wir sind ja alte Festival erprobte äh Typen das heißt wir haben schon auf vielen Festival gezeltet und auch schon mal bei nur 6 Grad oder sowas das das ist alles machbar aber anstrengend ne also ähm ich meine besser als Hitze aber ja mal gucken mal gucken mal gucken aber ich freu mich drauf äh wir wollen da eventuell auch sogar eine kleine Rollenspielrunde anbieten das heißt der Zordern ist da mächtig dabei für dieses Zombie Rollenspiel äh etwas äh fertig zu machen ich muss mich nochmal hinsetzen und nochmal für DSA was mir überlegen äh irgendwas lustiges eine kleine Runde also wie schon gesagt man trifft da Leute die auch Rollenspiel begeistert sind äh also pen and paper begeistert nagen wir mal pen and paper Rollenspiel hört sich immer so komisch an ne irgendwie äh pen and paper begeistert sind und auch Bock haben irgendwas zu machen und ähm dann macht man einfach spielt man einfach was zusammen also so eine kleine Runde was vielleicht ein Spielabend zwei Spielabende ist weil man hat ja Zeit ne also so 4 5 6 8 Stunden kann man da schon mal zusammen zocken denke ich mal das wird schon ganz gut klappen ja und dann lassen wir uns mal überraschen was da was da so passiert es werden auch andere Rollenspielrunden angeboten das heißt vielleicht können wir auch irgendwo einsteigen und so vielleicht ganz nett aber ich kann es mir ganz gut vorstellen mal was anderes kennenlernen wir spielen ja einmal die Runde äh einmal die Runde hm einmal die Woche sowieso DSA äh und ja aber immer mit derselben Gruppe halt immer mit denselben Leuten und es ist vielleicht auch mal ganz interessant mal andere Leute kennenzulernen äh und mit dem eine Runde einfach mal das schwarze Auge oder ähm irgendein anderes System zu zocken mhm könnte ich mir ganz interessant vorstellen einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel mal gucken weil wie machen die das so äh wie äh gehen die die äh Problematik nicht wie gehen die das ganze so an oder wie äh spielen die im allgemeinen äh ja das könnte ich mir ganz nett vorstellen mhm Verpflegung ist wohl auch irgendwie für gesorgt also die Grillen da Grillen ist immer gut kann man nicht viel verkehrt machen und wenn es ein kleines Dorf ist vielleicht gibt es auch eine Pension oder ich weiß es nicht wir lassen uns überraschen wir lassen uns treiben wie eine Feder im Wind Zordern und ich ist ein Abenteuer ein bisschen auch ein bisschen kleines Babyabenteuer teuer naja äh was gibt es noch neues ja wie schon gesagt zuhause baue ich gerade um und ein Loch in die Wand gekloppt da kommt ein Kaminofen rein der wird dann bald auch geliefert ich muss da mal einen Termin machen und dann geht das auch an und dann haben wir bald Kaminfeuer kann ich mal Kaminfeuer aufnehmen und Hintergrund spielen lassen total gut nein hier oben kommt kein Kamin rein das ist viel zu klein also das passt nicht aber der Kaminschlot geht da hoch das heißt wenn ich im Winter dann mit dem Kamin heize dann werde ich hier eine ziemliche Wärmeentwicklung haben eine unglaubliche Fahrenheit entsteht dann hier an diesem Rechner neuer Rechner da wollte ich ja eigentlich so ein Video zu machen der steht aber unterm Tisch und das ist gerade schlecht ich habe auch keine andere Kamera Kamera ist auch ein Thema denn ich möchte mir eventuell eine neue Webcam zulegen denn diese hier hat nur HD also dieses äh dieses Möchtegern HD 1280x720 vielleicht hole ich mir da eine Full HD Webcam oder so damit ihr noch mehr Pickel und 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 Mitesser und sowas von mir sehen könnt total gut auf das letzte Pixel frei kann ich jetzt gerade nicht eingehen weil ich das gerade ganz spontan gemacht habe ja ganz spontan so so wie bin total spontan ne muss ich mal gucken ob ich darauf noch ne kann ich nicht ne wir können wir könnten theoretisch mal gucken wir könnten mal gucken da muss ich wieder mein Windows starten das ist dann wieder total verrückte total verrückte Windows ok ich versuche es einfach mal ich rücke das jetzt hier mal so in die Mitte habt ihr das ungefähr so dann gehen wir einfach mal auf Videos ne Quatsch auf Playlist ähhhh dann haben wir hier Pixel frei da muss ich das hier mal leise machen so und dann gehen wir einfach mal auf die letzte Folge das ist die 7 ja da bin ich wieder das bin ich doppelt ich bin doppelt oh Gott ich versuche das hier mal in die äh oh ich muss das jetzt an den Rahmen anpassen das ist nicht so einfach die Rahmenbedingungen sind schwer ja aber jetzt das Richtige rauszufinden ist gar nicht so einfach mhm mhm Regenschirmhut ja anja das ist schwer jetzt das ist echt schwer ich finde das nächste Pixel frei schreibe ich mir die besten Kommentare mal raus oder die ähm die Kommentare die man am besten besprechen kann in so einem Video das ist eine gute Idee das ist eine sehr gute Idee ich habe eine sehr gute Idee äh ja bei Rising World warten wir also nochmal zu den Spielen zurück bei Rising World warte ich natürlich so wie alle irgendwie auf das Dungeons Update ähm da muss ich mal gucken wann das rauskommt also wir warten alle ne wir warten alle ich bin gespannt was da alles kommt und darauf gehe ich aber dann genau nochmal in den Rising World Videos ein wie schon gesagt Freitag äh Freitag geht dann Minecraft weiter zum Wochenende äh und ich möchte mich nochmal bedanken für alle die bisher dabei waren die bisher treu die Videos geguckt haben für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge der siebten Staffel der neue Staffelstart geht dann mit der 1.10 los wenn alles so läuft wie geplant mhm da werden wir uns dann erstmal ein bisschen umgucken ich habe noch einen Gast den ich einladen wollte schon vor langer Zeit den werde ich dann auch nochmal einladen äh der wird dann noch in den ersten sagen wir mal in den ersten 10 Folgen irgendwann auftauchen ja da muss ich nochmal mit dem reden dass der da mal kommt und äh derjenige weiß wahrscheinlich jetzt wen ich meine tut mir total leid dass ich so lange irgendwie äh das ganze nicht hingekriegt habe ja und ansonsten was erwartet uns in der 10 in der 8. Staffel natürlich einiges ne und der Schwarze Drache muss vielleicht ein zweites Mal bekämpft werden es gibt neue Welten zu entdecken hinter der Welt des Schwarzen Drachens sozusagen ähm ja es es kommt so einiges auf uns zu Hundskraft wird weiter wachsen wir werden es wieder versuchen die Formel Schweins äh zu starten zur zum erneut ein erneutes Mal ein Start der Formel Schweins das wird nicht leicht oje aber wir haben jetzt ja diese Power Blöcke äh wo die Schweine dann auch schneller rüber rennen äh kleine Huster werden wir immer rausgeschnitten das kennt ihr ja ja das war es im Grunde was ich sagen wollte es ist ein sehr kurzes ähm Video geworden aber es bringt ja auch nichts wenn ich jetzt hier eine Stunde weiter länger rumquatsche über irgendwas äh zum nächsten Mal kann ich mir dann wieder Themen ausdenken diesmal wollte ich eigentlich eigentlich mal so ein Überriss bieten und vor allen Dingen darauf hinweisen dass sie am Freitag dann auch äh unser Server auf der 1.10 läuft ich denke mal 1.10 ähm ja 1.10 oder 1.10 2 das ist ja nicht ganz so entscheidend wie schon gesagt Forge gibt es für die 1.10 es gibt den Light Loader für die 1.10 die Voxel Map ist für die 1.10 draußen ist im Grunde nicht mehr viel was ähm was noch fehlt vielleicht sieht man sich ja Ende September bei den namenlosen Tagen ich sehe so aus ihr könnt mich dann ruhig anquatschen äh wie Zordern aussieht wisst ihr glaube ich auch ja ich glaube ja ja doch hat ja auch schon mal ein zwei Mal sein wundervolles Gesicht in die Kamera gestreckt ähm das müsste eigentlich auch erkennbar sein wer der Zordern ist und ja einfach ansprechen ne einfach ansprechen überhaupt kein Ding aber es ist am Arsch der Welt und wenn ihr keinen Bock auf Rollenspiel habt lohnt es sich auch nicht da hinzukommen äh da müsstet äh achso ist recht günstig übrigens Zordern sagte neulich 5 Euro Eintritt das Ganze für das ganze Wochenende und dann gibt es irgendwie noch eine Kaffeeflat auch für 7 Euro oder so total genial äh bin ich schon dabei alles geregelt alles für alles ist gesorgt ich freue mich darauf auf dieses Wochenende sehr mit meinem Freund Zordern da zu sein und einfach mal ein bisschen schöne Zeit zu verbringen und ja das war es im Grunde schon zu diesem achten Pixel frei ähm das immer noch kein richtiges Format geworden ist also schon aber noch kein richtiges Konzept hat habt 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 Konzept hat ähm ja ich kann euch noch äh ne kann ich nicht das ist Werbung das kann ich euch nicht empfehlen das geht nicht das geht nicht ja ich wünsche euch allen äh eine schöne Woche ein schönes Wochenende äh dann später ich muss Samstag noch arbeiten Sonntag habe ich dann frei mal gucken auf jeden Fall werde ich jetzt demnächst dann erstmal Minecraft aufnehmen äh ach das geht ja gar nicht also ab Donnerstag wird der Server dann auf der 1.10 sein ab Donnerstag tatsächlich und ähm ja also ne bereitet euch jetzt am besten sofort vor jetzt jetzt genau wenn ihr dieses Video geguckt habt was vielleicht heute noch rauskommt denn es ist schön kurz und deshalb sage ich jetzt liebe Leute gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal bei Opa Ceron pixel frei dann vielleicht wieder ein bisschen ausführlicher wenn ihr Themenwünsche oder sowas habt runter in die Kommentare ähm und wenn ihr öfter mal so ein pixel frei sehen wollt schreibt das auch rein und äh das war das pixel frei für den Monat September dieses Monat war übrigens dieses Monat dieses Monat war auch schon das mittelalterliche Fest von dem ich so oft erzählt habe war wieder total gut war total schön äh ich habe einen Webstuhl fotografiert den ich aber nicht einblende aber den ich verwurste dann in Minecraft also keine Angst also Freunde ich sage nochmal gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal bei pixel frei ähm und immer tapfer weiter Minecraft spielen und bla 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 auf wieder gesehen euer Opa Ceron